So, ich hoffe mal, ihr habt vielleicht schon Winterurlaub, je nachdem, wie ihr das Video seht, oder aber zumindest ein bisschen Zeit mitgebracht, denn das Video könnte eine Weile dauern. Und weil es auch gerade eine Weile dauern könnte, habe ich mich eben schon die letzten zwei Jahre, eigentlich, wo ich schon so ein Video geplant habe, gefragt, ob das was wäre. Denn ich weiß echt nicht, wie interessant das Thema wird, aber ich dachte, jetzt probiere es einfach mal. Wir ziehen es durch und vielleicht ist es ja unterhaltsam genug vorbei, wenn nicht, nicht. Und was geht es? Tja, ich werde Anfang beim 01.01.2019 und in meiner Videoliste alle Videos durchgehen, die ich gemacht habe. Es sind soweit bisher eben zum 17.12.296 an der Zahl. Das ist gut 100 weniger als letztes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Aber man muss eben mit einbeziehen, dass ich letztes Jahr eben noch durchgehend zwei Sprachen gemacht habe und es im Prinzip dann 200 Videos waren. Jetzt allerdings habe ich ja seit Ende, also 26.06. genau war es, also Ende Juni, habe ich ja nur noch Deutsch gemacht. Also hätte ich die konstant noch doppelt gemacht, dann wäre ich gar nicht so weit drunter gewesen. Aber egal wie, wenn einer weiß, was ein Fulltime-Job eben an Power kostet und wie viel YouTube an Zeit verschlingt, was ich fast sogar höher ansehen würde als den Job, weil man eben viel testet und die Tests noch macht. Und wenn ich so einen Test mache, wenn ich hier hochkomme, dann ist der Tag im Prinzip gelaufen. Also das ist egal wie viel Zeit. Ich war damals eben vielleicht noch kranker wie jetzt, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich wechsle mal die Ansicht. Ich habe mich relativ groß gemacht, einfach weil es auf der Seite, die ich verblocke, sowieso nicht viel zu sehen gibt. Da gibt es eben das Datum zu sehen, das allerdings jetzt wirklich keine Rolle spielt. Erste Video, wo das Ganze eben anfängt, ist die X-Lehr-Powerbank. Also Fuji X-T3 war noch das letzte Video am 31.12. Und wir fangen eben am 1.1. an. Ich werde eigentlich einfach mal so geplant zu jedem Gerät was sagen. Zu manchen gibt es nicht so viel zu sagen. Zu manchen ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen eine Geschichte drumherum oder so weiter. Je nachdem, ob mir halt irgendwas Interessantes einfällt, bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Und ich habe mich jetzt doch kurzfristig umentschieden, das Ding hier ein bisschen zu cutten. Das stört mich ein bisschen, dass da so viel Kopfraum ist. Okay, fangen wir mal an. X-Lehr-Powerbank plus All-in-One. Gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Ist eine Powerbank, war glaube ich eine 10.000er oder 12.000er. Wobei ich glaube es war eine 10.000er. Hatte halt alle Kabel dran. Ich habe es eine Weile sogar einfach immer im Geschäft gehabt, dass wenn ich mal jetzt ein TWS oder sowas laden muss. Oder vielleicht doch mal kurz mein Handy. War ganz praktisch. Dann habe ich es halt eine Weile, wenn es mal leer war, zu Hause gelassen und nicht mehr wirklich dran gedacht. Aber ist ein praktisches Ding. Kostet so um die knapp 40 Euro, würde ich sagen. Dann kam Sony KD65AF9. Ich glaube, war das schon der neue oder alte? Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, aber weil es am Anfang des Jahres war. Weil ich glaube, ich habe ja noch eventuell den Neuerung, das aber vielleicht auch eher nicht. Aber war ein guter OLED. Hat mir echt gut gefallen damals. Ich glaube, das war der, wo mir das HDR nicht so ganz gefallen hat. Und wie schon gesagt, man sieht halt, dass ich jedes Video damals noch doppelt gemacht habe. Aber ein schönes Ding. Mittlerweile halt schon veraltet. Wie auch viele Geräte hier wahrscheinlich jetzt. Aber weil wir haben von Anfang des Jahres anfangen, ist es halt so. Ja, dann Vivo Next 2. War ein schönes Gerät. Ich fand die Idee ganz gut. Aber es war halt nichts Richtiges. Also man hat halt versucht, etwas Innovatives zu machen. Und das hat halt eben aufgrund der Software von Vivo und damals eben, weil Geräte noch nicht ganz so ausgereicht waren. Also gerade den, ihre, war das jetzt kein Hammergerät. Dann zu ziemlich, also ich würde sagen, eins von zwei Highlights oder vielleicht drei oder vier. Des Jahres war mein Trip zu den CES oder zu den CES, zur CES nach Las Vegas eben, was mir von Dell gesponsert wurde. Dies Jahr übrigens, ich weiß, Marcel wird wahrscheinlich wieder fragen. Also praktisch im Jahr 2020 ging es nicht, weil sie schon gesagt haben, weil ich ja auf der Computex schon war und auch auf der CES nehmen sie jetzt mal jemand anders. Macht aber auch Sinn. Die haben ja schon zwei Trips gezahlt. Und was das gekostet hat, ja, verschweige ich mal lieber. Okay, aber erste Video war halt, es war im Prinzip eigentlich auch von meiner Seite aus ein relativ schwacher Trip, weil es war halt so, ich war zwar schon in den USA und so, aber Las Vegas war halt nochmal was ganz anderes. Ich war jetzt diesmal komplett alleine. Ich hatte eben auch nur drei Tage und ich hatte ein paar Termine, wobei das eigentlich, glaube ich, nur in diesem Fall ein Interview war. Also ich hatte noch viel Zeit, natürlich abgesehen von dem Dell Showroom, wo ich ein paar Videos gemacht habe. Aber ich wollte so viel wie möglich eben neben der CES auch von Las Vegas sehen, aber CES war so zeitverschlingend, dass da nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Also am letzten Tag habe ich mir so Dreivierteltag genommen, um Las Vegas ein bisschen zu erkunden, was bei der Größe natürlich wirklich nur auf das kleine Midtown-Gebiet praktisch beschränkt war. Aber war auf jeden Fall ein geiler Trip. Würde ich, wie gesagt, auf jeden Fall gerne nochmal hingehen. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr so schnell ergeben. Wobei ich plane ja eventuell dieses Jahr nach New York noch zu fliegen. Sind ja relativ günstig mittlerweile diese Flüge, auch mit Airbnb und so weiter, die Übernachtung. Aber CES war auf jeden Fall geil. Die Videos, die ich dort gemacht habe, das erste zum Beispiel war das CES-Vlog. War im Prinzip nur ein Gelaber im Wohnzimmer oder im Hotelzimmer. Manche fanden es jetzt nicht so spannend, weil sie gern vielleicht was von der Stadt gesehen hätten. Aber damals, weil ich ja noch nicht oft gereist bin, gerade auch mit Kamera-Gear und zu Events und so, da war ich ein bisschen überfordert. Also ich wollte halt, der Fokus war für mich halt zu viel zu sehen und eben das zu erleben. Und das Problem ist, und ich weiß nicht, ob das viele irgendwie nicht so sehen, aber ich sehe es definitiv so. Je mehr ich durch die Kamera erlebe, desto weniger bleibt es bei mir im Hirn. Ich kann es mir zwar nachträglich ansehen, aber das ist nicht das Gleiche. Weil zum Beispiel, dazu kommen wir dann später, als ich in Taipei war, da habe ich das so kombiniert. Und wenn ich das Video mir jetzt noch ansehe, dann kommt mir das immer wieder so hoch, die ganzen Gefühle und so. Aber da habe ich eben auch wirklich das besser vereint. Aber wie gesagt, dafür braucht man ein bisschen Erfahrung. Nächster Tag war dann das Interview mit Justin Lyles. War eigentlich auch ganz interessant. Wobei es im Prinzip eben, ja, typisches, ja, also, was ist er? VP, Consumer Designers. Also, im Prinzip, diese ganzen CEOs sind es ja nicht, aber diese Vorgesetzten, diese Höheren, im Prinzip kriegen die ja geschult oder werden die geschult, was sie sagen sollen. Also, man erfährt jetzt hier nichts wirklich Geniales. Dann Vlog Tag 1, alles so groß hier. Ja, das hat man halt wieder direkt gemerkt, vor allem das Hotel oder das Venetian, wo ich drin war. Was das pro Nacht gekostet hat, war Wahnsinn. Zum Glück waren es eben nur drei Nächte, aber, ja, oder waren es vier, wie man es auch sieht, aber es war nicht günstig. Und, ja, war cool. Dann CS, Vlog Tag 2, 3, relativ früh aufgegeben. Ja, das war so, also, nachdem ich an den ersten und zweiten Tag eigentlich von morgens, also, kurz nach sechs aufgestanden war, weil ich einfach nicht schlafen konnte, weil man will eben nicht verschlafen, um nicht eben so viele möglich zu sehen. Und ich glaube, die ganze Sache fing immer um 8 Uhr an, also, dass die ganzen Stände eröffnet haben, die Messer und so weiter. Deswegen bin ich schon relativ früh aufgewacht, war dann bis fast Mitternacht immer wach. Manche haben wahrscheinlich auch deutlich länger gefeiert, aber weil ich halt in der Zeit, muss ich halt zugehen bei so Events und so, nicht wirklich viel zum Schlaf gekommen bin, war ich kaputt. Und am dritten Tag, an dem ich dann, glaube ich, so sechs, sieben Stunden durch Las Vegas gelaufen bin und so, dann war ich einfach platt und dann war es, es war eigentlich erst drei Uhr mittags oder so und ich wollte mich noch, event, damals noch mit, mit so einem YouTuber treffen, fällt mir jetzt der Name nicht ein, ja, ist egal, bist du leider besser, und es hat sich dann nicht mehr gegeben, also, ich war dann einfach platt und dann habe ich den restlichen Tag echt noch komplett gechillt und am nächsten Tag muss ich ja eh schon wieder fliegen. Dann halt die CS, Dalian, ich sage immer Dalianware, wenn ich Dalianware sage, Dalianware Produktübersicht, war dann das Video, dann das letzte CS-Video, das war nochmal so eine kurze Zusammenfassung von allen Videos, die Geräten ich gesehen habe, dann, ich lasse das jetzt einfach mal immer oben, da seht ihr es am besten, Xiaomi AirDots, das war so ziemlich dann der erste Test des Jahres, muss man halt so sagen, TWS ist, glaube ich, die Produktkategorie, die von allen am schnellsten sich weiterentwickelt hat und ihr könnt das, glaube ich, alle nachvollziehen, da wurden so viele reingeschossen, dass es schon fast unglaublich ist. Und deswegen, obwohl die jetzt noch nicht mal ein Jahr sind, sind die meiner Meinung nach technisch total veraltete. Ich denke mal, alles so, was vor zwei, drei Monaten von den technisch Aktuelleren rausgekommen ist, die sind noch eine ganze Weile aktuell, als eben das kam, wo man recht zu links als Master nutzen konnte, die jetzt sogar mit Lautstärkesteuerung, wo es eben leichter geworden ist, eben auch mit APTX, also die sind eine Weile beständig, aber alles, was davor noch rauskam, das ist im Prinzip schon mittlerweile von nicht mal ein Jahr altes Produkt veraltet und es ist noch schlimmer wie bei Handys, also das war schon was Heftiges. Dann die KZ-ES4, für 15 Dollar, echt cooles Teil, also ich kenne auch einen, der hat sie noch, ist zufrieden. Persönlich würde ich, wenn, noch ein bisschen mehr zahlen und die ZSN kaufen, weil ich habe die damals noch geholt mit den AS-10, habe die allerdings nie getestet, also die AS-10 waren sie mir nicht ganz so gut gefallen, die ZSN haben sie einfach nie ergeben. Ich habe sie letztens noch mal so vor ein paar Wochen so geschnappt und mal getestet und ich finde sie immer noch echt gut, aber irgendwie dachte ich mir, jetzt ist es zu spät, jetzt lohnt sich das Test einfach nicht mehr, aber ich würde dann vielleicht noch mal die, ich glaube die kosten so knapp über 25 Euro oder Dollar, noch mal investieren, weil die waren echt noch mal ein gutes Stückchen besser. Dann die Blitzwolf FY-E4, haben mir nicht gefallen, deswegen steht sie auch gleich dran, kauft euch die FY-E2 und das sind immer noch so bis 30 Euro, relativ solide. Mittlerweile halt technisch mit den Standards und so nicht mehr ganz so daher, aber passt. Dann die RHA CL750, das waren welche, die musste man ein bisschen tunen, also ein bisschen EQing, was ich ja sonst nicht gern mag, aber die waren eben diese Ober-, also ums Ohr und dann ins Ohr, praktisch mit diesen Bügeln. Mag ich teilweise nicht, also bei den KZ mag ich es jetzt eher, aber bei den ganzen RHA, da stört mich denn ihr Bandsystem. Also ich hoffe mal, das werden sie vielleicht in diesem Jahr, wenn was rauskommt, ein bisschen verbessern. Aber klanglich Keramik, soviel ich weiß, oder ich glaube, das waren die, ein bisschen klingen immer so kalt, ein bisschen klirrend, aber die waren eigentlich, wenn getunt, war dann ganz gut. Alpha Vice Mini, können wir weglassen, das war gar nichts. Dann About 2019 oder über 2019, Themen 2019, startet komisch der Wechsel zu 4K. Ja, das war halt noch ein Rambling, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich wirklich noch an alle Ramblings hände, speziell wenn der Titel nicht viel hergibt, aber ich sehe es noch, da steht irgendwas von Wechsel von 4K60 und so weiter, ist ja mittlerweile verzogen worden, komplett seit Anfang des Jahres. Ja, darum ging es wahrscheinlich, weil, als ich ja jetzt dann zwei Fuji X-T3s hatte, ja, also deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Razer Phone 2, Titel war noch definitiv nicht nur für Gamer, fand ich zum damaligen Zeitpunkt halt echt ein geiles Gerät, weil es aktueller Chipsets damals noch war, also was gerade draußen war, 120 Hertz, das ist immer noch das Ding. Also sobald dieses Jahr ein Top 120 Hertz rauskommt, dann wechsle ich auch, also allerdings auch mit guter Akkulaufzeit und so, dann würde ich überlegen, noch zu wechseln von OnePlus 7 Pro, was ich eigentlich länger behalten wollte, weil halt 120 Hertz nochmal genial ist. Und ich hoffe mal, dass vielleicht Asus da was rausbringt, ein Asus Zenfone 7, so ein bisschen ROG, aber eben in der Asus Zenfone Line, weil das Asus hat es mir voll angetan, also beide, also ROG und auch das Zenfone, dazu kommen wir später noch. Und mit dem OLED 120 Hertz, allerdings eben kommt es dann auf die Auflösung an, weil ich glaube bei WQHD dann bläst es halt alles kaputt vom Akku. Aber schönes Gerät, also das Akku, ich meine, Akku hat hier sogar ganz gut gehalten, also manche hatten gesagt, es war nicht so gut, ich fand es eigentlich voll solide. Dann auch noch Kamera und so, also mir hat es durchgehend gefallen, war halt ein Brocken. Dann die Anker SoundCore Liberty Lite, waren ganz gut, Akkulaufzeit mit zweieinhalb Stunden war halt nicht so besonders, aber das ist eben auch schon, also die lasse ich auch im Prinzip hauptsächlich jetzt weg, die TWS, weil, wie schon gesagt, auch schon veraltet. Solche kann man nicht wirklich noch empfehlen zu kaufen. Wenn ihr sie noch habt, natürlich, sie funktionieren, sind immer noch ganz gut, aber noch kaufen jetzt macht halt keinen Sinn. Dann Redmi Note 7, Budget King, wieder einmal. Also das war für mich so das einzige richtige Redmi Note 7 oder Redmi Note dieses Jahr. Das 8er und das 8er Pro, das waren so keine richtig legitimen Nachfolger. Das ist halt einfach so eine neue Chip-Generation oder Anfang des Jahres, da kommen die neuen Modelle und Richtung Ende oder Mitte des Jahres, da wird eher so ein bisschen refined, also ein bisschen verbessert und so weiter. Und das Note 7 war halt das Richtige und das andere war am einen, aber das war echt ein schönes Handy, wäre auch jetzt noch relativ gut. Dann die Soundcore Liberty Air, habe ich sogar noch hier. Immer noch echt gute Dinger. Ich teste übrigens gerade noch die Akkulaufzeit ein bisschen mehr von den Liberty Air 2, also der Test kommt jetzt auch noch die Tage. Die alten sind ein bisschen kleiner, also was ich jetzt hauptsächlich hier meine im Ohr, also sie passen bei mir leichter rein. Die neuen allerdings sind immer noch genauso, nahezu genauso bequem, bieten allerdings ein bisschen mehr Isolierung, was ich gar nicht unbedingt will, weil ich fand halt hier dieses gar nicht so stark Isolierende echt gut. Deswegen ist es so eine kleine Umstellung bei den Liberty Air 2, aber es ist ein legitimer Nachfolger, also sie gefallen mir auf jeden Fall sehr gut, die neuen, die alten damals, aber war eine lange Zeit meine Daily Driver. Also die habe ich wirklich lange nach, wenn ich halt kein TWS-Tesla immer noch genutzt, also weil der Klang halt gut genug war, gerade unterwegs, Akkulaufzeit war gut genug, die Bedienung und Touch, war alles gut. Xiaomi Air 2 Pro eigentlich echt gut, aber halt hässlich mit dir nach. Da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Dann, also hier hat es jetzt angefangen mit den Highlights, wobei noch nicht ganz die 5200, aber ich habe ja die Dänen A5200, also AHD 5200 und die 7200 bekommen, bevor ich dann das echte Highlight bekomme. Aber die waren schon nicht schlecht fürs Geld, haben mich jetzt aber bei weitem halt nicht so begeistern können, weil die 7200 halt gleichzeitig kamen, zu denen wir jetzt kommen. Also steht ja auch dran, pures Hi-Fi-Vergnügen. Also ich glaube ja auch, Marc hat überlegt, die sich zu kaufen, hat er glaube ich bisher noch nicht. Fürs Geld bekommt man hier so ziemlich mit wohl den besten Spaß, allerdings audiophil Spaß geschlossenen Kopfhörer. Weil die Dinger hatten einen Bass, der war genial. Mir persönlich haben ein bisschen Höhen gefehlt, aber wie schon gesagt, zum Beispiel auch gerade Marc, der Marc ist ja eher noch wärmer und Höhen eh dezenter. Also für ihn kann ich mir absolut, also ich verstehe ihn absolut, wo er gesagt hat, dass ihm das Ding besser gefällt als die 7.2, weil ich ja sein Hör, so sein Hör, also seine Vorlieben eher kenne und deswegen 7200 echt geil. Also Treiber war super Sound, also Komfort hätte man vielleicht ein bisschen verbessern können, aber ich glaube, je länger man sie trägt und ich habe sie auch gerade auf den Hi-Fi-Tagen noch mal vor kurzem ein bisschen noch mal antesten können, also dann gewöhnt man sich an den Komfort. Ja, das Video wird auf jeden Fall lang. Ich habe noch nicht mal 30 Videos und bin schon bei 15. Ja, wie gesagt, bringt Zeit mit. Oder es switcht einfach durch, wie ihr wollt. Dann gab es noch ein Rambling. S10-9 Plus war ein Platz 7. Lasst uns analysieren und spekulieren. Was soll es denn da gegangen sein? Lasst uns mal den nächst erscheinenden Flatsche. Ach so, das war meine Spekulation, was denn so an guten Handys rauskommen könnte. Okay. Dann, wieso ich Twitter verlassen habe, das wäre jetzt dann das letzte Video. Dann kann ich eine Seite zurückswitchen. Ja, damals fragte mich ja Lemmy noch, ob ich es bereut habe nach einer Weile und so. Nee, ich muss sagen, mittlerweile, also mir fehlt Twitter gar nicht mehr. Also ich habe nach einer Weile mal ab und zu überlegt, aber mittlerweile, da ich mich ja auch von allen anderen YouTubern praktisch, also deabonniert habe und überhaupt die Tech-Szene nicht mehr, also von anderen Leuten praktisch verfolge, das Einzige, was ich halt noch verfolge, ist, also Lemmy verfolge ich noch, aber die Videos gucke ich mir jetzt nicht direkt an und halt noch, also ab und zu, also das letzte habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, also je nachdem, ob das Thema halt für mich was Interessantes ist und dann halt noch Not Serven von Ronny, also Ronny praktisch. Ansonsten habe ich im Prinzip alles Tech-Weck und ich gucke komplett andere Sachen auf YouTube, aber ich gucke viel YouTube, das auf jeden Fall. Okay, dann unten fing es an mit dem OneMore Dual Driver BTNC. Haben mir nicht ganz so gefallen. Das Komische ist, bei OneMore ist mir auch gefallen, also ihre Kopfhörer, aber auch diese Nackenbände, stimmen sie entweder zu bassig ab, zu höhenlos oder zu schwach bassig und zu höhenvoll und die OneMore BTNC sind halt genau das. Die waren mir ein bisschen zu dünn und ein bisschen zu aggressiv. Müsste ich also ein bisschen tweaken. Aber ansonsten, Komfort war gut und ja, wenn man den Klang getweakt hat, waren sie schon nicht schlecht. Die Lenovo R TWS, schöne Dinge halt, die Akkulaufzeit war leider sehr, sehr mies mit knapp zweieinhalb Stunden, wobei ich habe es dem Kollegen gegeben, der kommt den ganzen Tag locker mit rum. Keine Ahnung. Dann Razor Nari Ultimate. Das waren ja die mit diesem taktilen Effekt da beim Aufmerksam. Ja, sie waren relativ schön bequem, aber halt riesig, also massiv auf dem Kopf. Klanglich halt nichts Besonderes. Dann, das ist ein Video, das relativ stark eingeschlagen ist. Also ihr seht schon, für meine Verhältnisse, also viereinhalb Tausend ungefähr das Englische, was sie mir hätte sparen können, wobei eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber 71.000. Und das hat wahrscheinlich gegen Black Friday oder kurz davor, um die, kurz vor Black Friday Zeit irgendwie nochmal angezogen. Und da glaube ich 30.000 Views bekommen. Einfach, weil wahrscheinlich dort Angebote waren und die Leute einfach interessiert waren an den Dingern. Aber die Lautsprecher waren eigentlich für 500 Euro, für einen passiven Stand-Lautsprecher klang sehr ordentlich. Aber ich bin halt der Meinung, wenn ihr noch ein bisschen mehr zahlt, dann kommt ihr erst in diese richtig nächste Klasse. Das ist halt trotzdem noch für mich Einstiegsklasse. Und klanglich gibt es auch noch viel Luft nach oben. So, Sonny ist nun alle Hoffnungen vergeblich und ein paar Leute erinnern sich vielleicht noch an den Originaltitel, also den ich praktisch, wenn ich das Video hochlade, einfach kurz der Datei vergeben habe. Und das hieß noch Sonny am Sack. Und ich habe das aus Versehen allerdings auch so gepublished und dann fragten noch manche, was das denn soll und so weiter. Da habe ich schnell geändert, weil so war es nicht gedacht. Das war nur, damit ich kurz weiß, was es ist. Und ich fand die Dinge einfach beide so mies. Also gerade das 10 Plus, das war viel zu groß. Und weil es so lang war, mit keinem guten Blickwinkel, das Display nix, die Lautsprecher war nix, die Leistung war nix, Akku, da war im Prinzip gar nichts, nichts. Von daher, nee. Also Formfaktor von dem Kleinen fand ich noch ganz nett, weil da das lange nicht ganz so negativ auffällt. Aber die Geräte waren einfach qualitativ auch so billig verbraucht. Nee, müssen wir nicht drüber reden. Samsung Galaxy S10 bereue ich meinen Kauf bereits. Ja, jetzt im Nachhinein. Ja, aber ich habe sie auch wieder zurückgegeben. Von daher ging es ja noch in Ordnung. Also ich bereue hier nichts. Mir hat das Gerät gefallen, aber mir hat dann das S10e einfach im Nachhinein nochmal deutlich besser gefallen. Und das S10 war nicht ganz mein Ding. Hat mich einfach von der Akkulaufzeit dann zu stark enttäuscht. Mi 9, Annex, also das war so das erste, würde ich mal sagen, so richtig gute Budget-Flaggschiff. Also weiß ja jeder mittlerweile. Da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Das war eigentlich ein supergeiles Ding. Supergeil will ich jetzt nicht sagen, aber wenn es Mi 10 darauf jetzt aufbaut, praktisch auf so einem K30 in der Art, also halt High-End, wenn sie jetzt endlich mal, bitte macht mal endlich mal entweder High-Refresh-Rate oder macht auf QHD. Also Sweet Spot wäre für mich 90 Hertz mit WQHD. Wenn ihr 120 nutzt, dann geht Full-HD in Ordnung. Wenn ihr allerdings Full-HD nutzt und nicht mal 90 da herkommt, dann müssen wir das gar nicht weiterreden. Aber ansonsten, und Stere-Lautsprecher müssen mittlerweile einfach sein. Xiaomi, muss sein. Ja, dann 21 zu 9 Handys sind dumm. Ja, beide so 8500 Views bekommen. Also ich habe meiner Meinung nach recht gut argumentiert und deswegen ist da gar nicht mal so viel Negatives angekommen, weil die Leute halt, ja, viele haben gesagt, ich will 21 zu 9. Also ich bevorzuge es einfach, weil ich Filme gucke und so weiter. Aber ich glaube, ich habe es gut genug eingedämmt, weil die Argumente halt eben unabdingbar waren. Also das Format hat nicht wirklich Vorteile. Aber das sieht ja auch jeder anders. Also ich persönlich finde es immer noch dumm. Auch wenn ich weiß, dass viele Handys mittlerweile schon nah an diesen Faktor reingehen. Aber wenn 21 zu 9,5 mal wirklich angenommen wird und von vielen so auch angesehen wird, dann wird das eine Epidemie und das muss nicht sein. Also wenn da, oh je, ja. Versuchen, das zu vergessen. Ansonsten Samsung Galaxy S Cine. Geiles Ding. Hat mir so gefallen. Also deswegen finde ich die Gerüchte jetzt gar nicht so gut, dass es mit dem S11 größer werden soll. Also wenn sie ein S11e rausbringen, auch eben mit einer höheren Bildwiderholungsrate, wie jetzt zum Beispiel bei dem Elfern angedacht und so weiter. Und in dem Formfaktor noch in etwa bleiben. Ja gut, dann ist halt der Akku immer noch wahrscheinlich die Katastrophe. Dann RHA MA390. Schöne Dinge, also fürs Geld nicht schlecht. Aber wenn man halt die 650 oder 57 mal gehört hat, nicht ganz so. Mi 9 SE hätte ein deutlich größerer Erfolg werden können, wäre es nur mit Band 20 irgendwann mal erschienen als globale Version, was leider nicht passiert ist. Also da haben sie mal und mal nach, ja, total irgendwie ein Erfolg verpennt. Und da, da, da steht's. D9, aha, D9200. Phänomenal. Also das sind immer noch, es sind die spektakulärsten, die ich dieses Jahr getestet habe. Es gab noch ähnlich spektakuläre, aber halt auf einem niedrigen Level, wie zum Beispiel die Sandy Audio Alba, zu denen wir auch noch kommen. Aber die, die Dinger sind genial. Also ich hatte letztens nochmal die Möglichkeit, die anzuprobieren. Hätte ich verdammt gern, hätte ich verdammt gern. Dann Kameravergleich, Mi 9. Gibt's nicht groß, was zu sagen. Da fing's dann auch an mit diesen paar Kameratests, die ich gemacht hab, die sehr lang waren. Also ich weiß nicht, da steht's ja. 18 Minuten, das war sogar noch ein kürzerer. Bin ich auf relativ viele eingegangen. Dann sogar hier nochmal extra. Deswegen ist das dann doch relativ insgesamt recht lang. Noch einmal Standardkamera gegen Gcam getestet. Also war eine gute Kamera. Nur halt Video und so weiter. Ich verstehe halt eh nicht, dass Videos bei Kameras noch, oder bei Handys noch so hinterher sind im Vergleich zu normalen Kameras. Wenn's jetzt gerade auch um die Stabilisierung und die Flüssigkeit und allgemein ein paar Dinge geht. Dann S10 gegen Mi 9. Müssen wir nicht groß was sagen. Sabadee 12, das war so das erste TWS-Highlight wahrscheinlich des Jahres. Die haben sich auch verkauft, glaube ich, echt gut. Also ich hab sogar über Gearbest über 10 Stück oder 20 vielleicht verkauft sogar. Was für mich viel ist, weil ich ja eigentlich über Gearbest nichts verkaufe, weil ich selten was von Gearbest habe. Aber die Dinger waren echt gut. Also die sind echt gut angekommen. Ich hab's jetzt verkauft, gerade erst gestern. Nein, weil jetzt hatte ich keinen Grund, es länger zu behalten. Hab's ja mal allerdings für 20 Euro gegeben. 25 mit Versand. Gibt ja auch mittlerweile die Ultra, die eben APTX haben. Auch Dual Stereo und so weiter. Oder Dual Master Mode. Waren echt coole Dinger. Dann der Vergleich zwischen den Denons. Dann der Test. Der Lager-Test. Der S10-Reihe. Ja, kam auch gar nicht so schlecht an. Also 10.000 Views und 33.000. Für meine Verhältnisse, die ist ja eigentlich sogar recht gut. Dann Moto G7 Plus. Und da hat mir letztens zum Beispiel einer gefragt, wieso ich nicht G8 Plus testen will. Wie nicht? Also wenn da kein Artikel dran ist, warum ich nicht das G8 testen will. Hätte ich noch Interesse an Handys gehabt, hätte ich das getestet. Weil das Ding sah fürs Geld wirklich sehr, sehr ausbalanciert aus. Ist auch bestimmt ein sehr, sehr gutes Mittelgleise-Handy. Aber da hatte ich halt schon die Lust verloren. Auch mit 20.000 Views gar nicht mal so schlecht. Dann die Odyssey Mobius. Nicht das geworden, was ich dachte. Weil ich habe sie schon auf der auf irgendeiner auf der High-End, glaube ich mal, kurz anhören können. War noch ein Prototyp. Die Verarbeitung finde ich nicht gut genug. Und ich habe zum Beispiel auch gerade noch die HyperX Cloud Orbit da. Das ist ja im Prinzip ein ungelabelter Mobius. Allerdings ohne Bluetooth. Klang nicht echt gut. Aber der Komfort ist nicht ganz so mein Ding. Und das ist nicht ganz überzeugend. Also da gibt es ein bisschen zu viele kleine Macken. Aber auf die gehe ich dann in dem Test noch ein. Aber ich habe es im Prinzip ja hier auch schon erwähnt. Dann hier kam erst der Mi 9 Test. Der Mi 9 SE. Die JLab Audio Buds. Also dass die sogar 10.000 Views bekommen haben im Englisch. Und 5.000 verstehe ich gar nicht. Weil ich habe nicht wirklich viele Leute drüber reden. Und auch in den Kommentaren. Also sie war nicht schlecht. Sie war ein bisschen zu verbasst. Für mich. Also wenn ich es neutraler mag. Aber eigentlich waren sie nicht schlecht. Aber auch nichts Besonderes. Stechen halt nicht raus. Dann Nokia 9. Nicht Review. 60%. Klasse. 40% mies. War für mich eins der miesesten Handys des Jahres. Also das war ein Fail auf voller Linie. Also der Lautsprecher. Der Fingerabdruckleser. Will ich gar nicht groß was zu sagen. Dann Huawei. Ja. War nur der detaillierte Kameravergleich erst mal. Wobei dann das Pro doch deutlich gewonnen hat im Vergleich zum P30. Also da gibt es jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen. Schöne Kamera hat das auf jeden Fall. Na ich kann hier komischerweise nicht per Geste runterscrollen. Also da gibt es einfach noch nicht so viel zu sagen. So weiter geht es. Huawei P30. Ich würde es nochmal nehmen. Das hat auch irgendwie recht lange sich noch gehalten von den Views. Also ist jetzt. Wow. Auf 93.000 Views hoch. Das ist glaube ich das bestgeviewte Video dieses Jahr. Weil das muss irgendwann nachträglich. So zwei, drei Monate später. Oder ich glaube vielleicht ein paar Monate mehr sogar. Nochmal angehoben sein von den Views. Weil es vielleicht in Angeboten war. Und dann deutlich attraktiver war. Weil. Viele hat gesagt. Ich kaufe dann gleich das Pro. Aber ich habe damals schon gesagt. Mir gefällt das. Weil es ein bisschen klein ist. Und in vielen Aspekten jetzt nicht wirklich groß hinterher ist. Im Vergleich zu dem Pro. Wo es halt hinterher war. War die Kamera. Aber wenn die jetzt nicht so wichtig ist. Es war es immer noch eine sehr gute. Und dann hat mir das Ding halt gerade. Hat das super geil gefallen. Also deswegen macht es schon Sinn. Warum da so viel Interesse dran war. Dann TicWatch E2. Ja nicht mein Ding. Watches. Dann der BenQ Beamer. Auch nicht so mein Ding. Müssen wir nicht viel was zu sagen. Lasst uns die Huawei Sache einfach alle mal klären. Diesmal glaube ich deutlich positiver geändert. Als mein letztes Video. Ich lasse mich mal kurz gucken. 18.000 Views. Und ja. 799 Likes zu 132 Dislikes. War damals bei dem ersten Huawei Video noch deutlich negativer. Und ja. Ich habe die Sache einfach nochmal klargestellt. Schaut euch das wieder einfach an. Wenn ihr wissen wollt was damit gemeint war. Ich will auf der Sache nicht rumreiten. Ich habe schon zu viel zu Huawei gesagt in der Vergangenheit. Dann P30 Test. Für mich war es irgendwie ein schwaches Release. Niedrigere Auflösung und so weiter. Also für mich. Ich fand damals zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt von der Kamera mal absieht, das Mate 20 Pro einfach besser. Und hier seht ihr es auch nur 20.000 Views. Also das nicht mal. Also das ist einfach. Ja. Gut. Da war ich aber auch ein bisschen spät hinterher wahrscheinlich mit dem Test. Die RHA CL2 Planar war nicht ganz so mein Ding. Also ich hätte sie mal. Das habe ich bereut mit dem Kupferkabel testen sollen. Mir hat einer gesagt, ich fand sie mit dem Silberkabel, was ja generell tendenziell kühler sein soll. Und jetzt frage ich mich halt, wie schlau das ist, dass ich in meinem ganzen Heimkino eben komplett Silberkabel verbaut habe. Weil die habe ich damals, waren Sack teuer. Aber habe ich damals, als ich die Lautsprecher gekauft habe, komplett dazubekommen. Aber mittlerweile, damals, also es war, glaube ich, mein allererstes Set, wo ich mir gekauft habe, da habe ich riesig viel Kabel. Also nicht Set, es waren im Prinzip damals nur zwei, aber der hat mir einfach, glaube ich, 50 Meter Kabel dazu. Und das hätte mich, glaube ich, 400, 500 Euro gekostet damals. Die wollte ich halt weiterbehalten, weil es ein hochqualitatives Kabel war, auch wenn es nicht das dickste war. Und jetzt wüsste ich gern, da ich mittlerweile eigentlich Kupfer schon eher bevorzuge, glaube ich, nicht auf gute Kupferkabel wechselte. Aber die sind jetzt in der Wand drin, also da mache ich nichts mehr weg. Aber die haben mir nicht ganz so gefallen. Die waren mir ein bisschen zu aggressiv obenrum und ein bisschen zu kühl. Aber sollen anscheinend super klingen. Also war halt nicht ganz mein Ding. Alpha X-CAN benutze ich eigentlich immer noch regelmäßig, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin, auf Messen und so weiter. Aber auch ab und zu halt, wenn ich einfach mal per Bluetooth über den Kopfhörer verstärke, was hören will. Echt noch ein super Teil. Also der Kauf hat sich gelohnt. Also ich habe praktisch das Testgerät, den dann abgekauft. Nicht behalten können. Samsung Galaxy A50, das habe ich, glaube ich, ja, das ist privat. Also jetzt, das habe ich gelöscht. Da hat es mich einfach angekotzt. Weil, wie war das Verhältnis? 449 Likes zu 253 Dislikes. Und im Deutschen müsste es, glaube ich, sogar noch schlechter sein. Nein, im Deutschen war es 457 zu 173. Also im Englischen ist es nochmal schlechter angekommen. Aber mich hat das nicht gestört. Aber die ganzen nervigen Kommentare, wo die Leute immer, äh, bist du pingelig? Ja, ich hieß nicht umsonst bis vor ein paar Tagen noch den Nitpicker. Falls es Leute über alles nicht mitbekommen, ich habe den Namen wieder auf der Hafe Franz geändert. Wollte ich eigentlich zum Anfang des Jahres machen, aber, also 2020, aber egal. Hat mir nicht gefallen das Ding. Der Fingerdruckleser war Katastrophe und das Ding war einfach nichts Besonderes. Sorry, meine Meinung hat sich nicht geändert. Creative Soundblaster H6, schönes Budget-Gaming-Headset, gibt es nichts Großes zu sagen. Und dann der G6, den benutze ich eigentlich noch regelmäßig, gerade wenn ich mal ein anderes Headset da habe, um jetzt irgendwie dran anzuschließen und Mikro zu testen und so. Gutes Ding. Manche haben irgendwie bei Windows Probleme, ich habe da keine, keine Ahnung, bei mir läuft es. Blitzwolf FYE2, besser als die FYE, nee, FYE5, besser als die Zweier. Nein, aber ich habe sie losgekriegt, das ist wichtig. Dann ihr von FYE, haben mir nicht gefallen, klang absolut nicht besonders. Wobei ich auch sagen muss, da gibt es ja noch eine extra getunte Version von Clavinet Junkie, also die heißt ein bisschen anders. Vielleicht klingt die besser, aber die Marke ist ein bisschen nervig. Die schickt mir irgendwie alle ein, zwei Wochen irgendwie eine Anfrage, ob ich nicht den in ihrem Bluetooth-Lautsprecher testen will. Und ich sollte den, glaube ich, einfach mal schreiben. Ich habe gedacht, wenn ich den lang genug nicht antworte, merken die es schon. Aber ich teste keine Bluetooth-Lautsprecher, sehr, sehr selten. Ist einfach nichts, was ich interessant finde. Rockspace EB30 können wir vergessen, müssen wir gar nicht zu kommen. Dann Room Setup Tour habe ich, glaube ich, nachdem ich es jetzt zwei Jahre ausgelassen habe, jetzt mal wieder gemacht. Ist ein relativ chaotisches Video eigentlich, immer war ich da nie ein Planer, was ich mache. Aber wenn ihr vielleicht mal sehen wollt, wie es hier ein bisschen aussieht. Wobei, was ich noch plane, weil mich letztens einer gefragt hat, ist so eine einzelne Setup Tour, in der ich einzelne Bereiche vielleicht in unterteilt den Videos vorstelle. Also einmal praktisch meinen Tisch-Setup, also meinen Desk-Setup, wo ich sage, welche Tastatur ich nutze, welche Maus ich nutze, vielleicht Monitor, PC und so weiter. Dann vielleicht eine extra für die Kameras und so weiter oder für das. Also kommt vielleicht mal, wenn ich die Zeit habe. Dann die One More Stylish, bis jetzt der Beste. Und bis jetzt für mich eigentlich immer noch so ziemlich der beste Allrounder. Klanglich sind es nicht die Besten. Akkulaufzeit ist nicht die Beste. Es gibt ja auch mittlerweile das Update für die Lautstärke-Einstellung. Das habe ich auch drauf gespielt, aber ich habe sie seitdem halt nicht mehr wirklich genutzt, weil ich ständig andere getestet habe. Aber mir gefallen die immer noch und ich warte noch auf den Nachfolger. Ich sollte sie eigentlich wahrscheinlich die nächsten paar Tage bekommen. Das ist da nicht nur ein Nachfolger, sondern ein Modell höher. Wird im Prinzip in direkter Konkurrenz zu den Sonys. Eben auch mit allen Features, also Noise-Cancelling, Hear-Through, Dual-Stereo, Akkulaufzeit. Weiß jetzt nicht, will ich jetzt nichts falsch sagen. Soll ich eigentlich auch nicht sagen. Ihr hört das nicht. Es ist jetzt aber auch nicht unter NDA, weil ich es eh noch nicht habe. Aber ich habe es immer kurz auf der CES mal probieren können. Das war allerdings ein Prototyp. Ich denke mal, seitdem hat sich schon viel geändert. Dann, wann war das überhaupt? 18.5. Okay, also OnePlus 7 Pro, detaillierter Testbericht. Ist ja nochmal ein Daily Driver. Ich glaube, da habe ich genug Videos zu gemacht. Das sagt alles. Dann hat mich gestern als einer gefragt, warum ich nicht mal die OnePlus Bullet Wireless 2 testen will. Ja, habe ich schon vor sechs, sieben Monaten gemacht. Also, mach meine Nase, ich habe gerade ein bisschen. Damals muss ich es ja noch zurückgeben, habe ich sie mittlerweile aber. Auf dem letzten OnePlus Event gab es die so in einem Goodie Bag dazu. Ist es eigentlich mein Daily Driver im Geschäft mittlerweile, weil das für mich praktischer ist als ein TWS. Weil, wenn ich mal höre oder eben nur einen, dann habe ich den anderen einfach nur hängen. Und wenn ich beide drin habe und irgendwann mal kurz einer kommt, nehme ich den raus, lasse einfach fallen, hängt. Also, da muss ich mich nicht drum kümmern. Klang ist mehr als gut genug für unterwegs oder gerade bei der Arbeit. Und ich habe sie auch oft teilweise einfach nur in den Ohren als eine Art Ohrstöpsel, weil es bei mir bei der Arbeit ja nicht unbedingt leise ist. Es ist nicht extrem laut, aber ich schone dann halt meine Ohren manchmal mal. Und die Akkulaufzeit ist super. Also, mit denen komme ich sogar zwei komplette Arbeitstage durch, laden super schnell. Ist wahrscheinlich der am meisten empfehlenwerteste Nackenkopfhörer. Denn zum Beispiel die MA57 klingen besser, haben aber auch 10, 11 Stunden Akku langt, aber sitzen bei mir leider nicht so bequem. Oder es gibt auch noch ein paar andere, die man erwähnen könnte. Ansonsten nur am Plasieben Kamera. Wie lange ist das Video? Halbe Stunde? Oh je. Wie weit sind wir? Ich glaube noch nicht mal die Hälfte durch. Ja klar, also, ja, fünfter Monat. Ich gehe da mal einfach ein bisschen schneller durch. Also, Zenfone 6. Für mich eins der Top 5 Handys dieses Jahres. Leider halt nur ein IPS 60 Hertz Display. Leider auch kein wirklich gutes. Von der Qualität zwar top, aber leider mit ein bisschen viel Motion Blur. Dann Ultimate OnePlus 7 FAQ, auch mit knapp 45 Minuten. War, glaube ich, ein interessantes Video. Dann war ich auf der Computex. Das war halt dieser Type-P-Besuch. Da hatte ich ja auch das Asus Zenfone als mein praktisch, mein All-in-One-Gerät. Also, da habe ich die Videos aufgenommen auf der Messe. Also, bis auf das Interview. Die ganzen Vlog und so weiter und so fort. Also, das Ding war da genial. Dann hatte ich eben da die Chance, auch durch Dell wieder da hinzugehen nach Taipei. Das Interview. Dann gab es das Übersichtsvideo. Dann der Mega-Taipei-Computex-Travel-Vlog. Also, wer noch nicht gesehen hat. Also, viele haben es nicht. Es sind nur 200.000 Views. Aber das Ding ist für mich so, das wird für mich immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Einfach, weil es war das erste Mal in Taipei oder in Taiwan eben, ich glaube, fast fünf Tage, also vier komplette Tage war ich, glaube, dort. Es war halt mal ein komplett anderes Land, komplett andere Kultur. Mal die Möglichkeit meinerseits eben so einen Vlog zu machen. Ich fand ihn ganz interessant. Also, Tech, muss ich zugeben, war in Taipei, also gerade die Computex selber, überhaupt nicht mein Ding. Also, was ich sehen wollte. Ich habe da auch auf der Computex selber, abgesehen von diesen Dell-Dingern, vielleicht nur eine Stunde, wenn überhaupt, verbracht. Hat mich echt nicht interessiert. Mich hat das Land interessiert und das war wirklich cool. Dann die Honor Fly-Ports. Ein bisschen zu teuer gewesen. Nichts Besonderes. Aber nicht schlecht. Dann nochmal ein Interview. Dann Samsung Galaxy Tab S. Würde ich immer noch gerade für so um die 300 Euro als bestes Android-Tablet nennen. Gerade preis-leistungstechnisch. Also, Tab S6 ist zwar wahrscheinlich besser, kostet aber auch weit über das Doppelte. Also, wenn ich mir ein Android-Tablet kaufen müsste, gerade für Medienkonsum würde ich zu dem greifen. Das war in allen Belangen. Also, Lautsprecher war super. Display war super. Äh, Lautsprecher. Ich habe gesagt, Lautsprecher, Display und Akku. Also, die drei Dinge waren echt super. Also, Zenfone 6. Ich mag es mehr, als es mir lieb ist. Ja. Also, hätte das ein OLED-Display damals gehabt, selbst vielleicht mit nur 60 Hertz, dann wäre es mein Daily Driver geworden. Mit 90 höchstwahrscheinlich. Und dann nochmal ein Interview. So. Jetzt haben wir noch, wie viel, 150 Videos? Nein, oder? Noch 150 Videos vor uns. Okay. Gehen wir schneller durch. Aber das Video wird wahrscheinlich bei einer Stunde enden, habe ich so das Gefühl. Also, Creative Outlier Air. Schöne Dinge. Haben mir leider im Ohr nicht lang gut gesessen. Ein bisschen basslastig, aber guter Klang. Gute Akkulaufzeit. Schöne Dinge. Sony XB-Rines will ich gar nicht groß was zu sagen. War für mich eine Enttäuschung. Habe auch nicht mal wirklich einen Test rausgebracht. Und da hat es auch schon angefangen. Da habe ich Englisch auch einfach ausgelassen. Also, man sieht es auch hier. 383 zu 98. Das Verhältnis bei den Likes und Dislikes. 20.000. Also, das Ding hat mich, das ist nicht mein Ding, das Teil. Samsung Galaxy Tab A war ein schönes Budget-Tablet. Sabat X12 Pro war halt dieses AirPod-Style. Saß bei mir leider nicht gut, aber ansonsten wären sie gut gewesen. Also, wer AirPod-Style mag, hätte ich ihm die sogar eben vor. Weil sie klanglich besser waren oder locker auf dem Level. Super Akkulaufzeit und alles. Schöne Dinge. i10, TBS, müssen wir nicht erwähnen. CTX in 10 Pro. Da waren viele Leute. Das müsste sogar relativ... Ja, geht noch mit 10% Dislikes. Weil viele Leute einfach gesagt haben, ich wäre zu hart gewesen. Aber ich habe auch damals gesagt, ich habe es für 600 Euro getestet. Jetzt kostet es 333. Oder letztens sagt einer, er hat es für 330 sein Nachbar gekauft. Das Ding ist super und bla bla. Warum ich das so mies mache. Erstens habe ich damals schon gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis war für 600 nicht gut. Abgesehen davon hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Display war ein bisschen qualitativ nicht so das Beste. Aber das Ding hat mir gefallen. Und dass es für 330 natürlich komplett anders aussieht, ja, aber ein anderes Thema. Manche Leute raffen manchmal irgendwie nicht, dass ein halbes Jahr später ein Gerät ein ganz anderes Fazit bekommen würde, wenn man eben den Preis ganz anders mit einberechnet. So, ansonsten... Was ist das jetzt? Ach so, OnePlus 7 Pro detaillierter Test Teil 2. Das war dann, glaube ich, nach der Computex eben wieder, habe ich den Test beendet, nachdem ich mein eigenes Jahr hatte. Mittlerweile gibt es schon genug Infos zum OnePlus 7 Pro, muss man nicht so groß sagen. Dann das Mi 9T Pro, was ich damals noch als K20 Pro getestet habe, bevor es jemals ein Mi 9T Pro gab. Ja, zum Mi 9T, glaube ich, muss man auch nicht sagen, oder zum T Pro, weil das normale T habe ich ja nie probiert. Schönes Ding. Dann, ja, das Video war ein Witz eigentlich. Da ging es darum, dass ich euch gefragt habe, also, lasst uns ein besseres Kamera-Review entwickeln. Da ging es darum, dass ich euch gefragt habe, was ihr gerne im Test haben wolltet und wie viel, also 60 Kommentare gab es. Also wirklich viel ist dabei, nichts rausgekommen. Das war heute irgendwie groß geändert. Cambridge Automatomania. Klanglich, glaube ich, noch immer so Top 3 locker. Wenn nicht sogar eigentlich immer noch die Besten. Gibt es mittlerweile auch Update, dass sie 3 dB teurer geworden sind. Ich kann sie leider nicht nutzen. Mir sitzen sie einfach nicht im Ohr. Also nicht ohne, dass es ständig, weil ich habe sie letztens mal erst bei dem Livestreamer kurz noch mal ins Ohr, die hüpfen mir direkt so raus, dass der Klang am Sack ist. Bayer Dynamic Lagoon, immer noch die Besten vom Klang am ANC-Kopfhörer. Leider war der Komfort nicht so besonders ANC. War nicht so besonders, aber klanglich sind es die Besten. Truebit X-Tune Free X-Tune. Sehr, sehr schöner Over-Ear-Kopfhörer für 40, 50 Euro. Immer noch eine Empfehlung. Dann Action Test. Kanal Update. So, was gab es denn da? Kanal Update. Review Rant Set. Ja, müssen wir nicht darauf eingehen. Das ist nicht mehr aktuell das Thema. Dann X-Sound Kopfhörer war nichts für sonst. Dann der Neuanfang. Da hat es halt angefangen. Ach, es war sogar am 24.06. Also da habe ich dann praktisch, Titel sagt es ja auch hier, Klein-To-Mission in von Näher, nur noch Deutsch und da habe ich halt Englisch aufgehört. Und dann gab es sehr, sehr viel, wo sieht es, 356 Likes zu 260 Dislikes, also Quote von 57% Likes. Also das haben sehr, sehr viele Leute, weil es halt nur ein 1-Minuten-24-Video war, viele Leute angepisst. Es war praktisch ein Video, wo ich nur gesagt habe, ich höre auf mit Englisch und ich habe halt nicht wirklich was erklärt. Dann hat es viele angepisst. Dann habe ich eine 30-Minuten-Lange-Erklärung gemacht. Die kam dann deutlich besser mit 94,9% Likes. Auch mit, na sogar weniger Views, aber fast 10.000. Wobei halt immer noch viele nicht mitbekommen haben, wie es solche aufgehört haben. Also ich habe letztens ja erst vor 2-3 Tagen wieder ein Video gepostet, das Ganze nochmal erklärt, dass ich auch wieder gerne weitermachen würde, dass ich überlegt habe, es zu machen. Ich bin, ich will nicht mal sagen 50-50. Ich kann mich irgendwann nicht entscheiden, ob ich es denn wirklich machen soll, aber ja. Dann Scarcandy Push. Klanglich extrem spaßiger Kopfhörer. Langzeitkomfort war bei mir jetzt nicht ganz so da. Akkulaufzeit war, also die Dinger waren halt leider nur ein bisschen zu teuer. Für eine Scarcandy TWS Produktion. Also die waren, Scarcandy ist eben nichts Mainstreamiges, also bekannte Marke. Deswegen werden die ein bisschen günstiger, werden die da deutlich besser angekommen. Aber die haben mir echt gut gefallen. Redmi K20 Pro dann der Test. Die Edifier. Klanglich sehr schön. Bei mir nicht so gut gesessen. Akku war, glaube ich, eigentlich auch ordentlich. Also gute Dinge. Und das für nur 50 Euro. Da hat sich ja wieder einer aufgeregt, weil ich mit Sternchen 50 gemacht habe, weil das ein Code war und es ist sonst ein bisschen teurer. Es gibt Leute, die meckern immer. Dann Logitech Slim Folio Pro nutze ich. Also mein iPad, seit ich das Ding habe, hat das Ding, glaube ich, drei, vier Mal nur verlassen. Einfach, weil ich das Tablet dann alleine für irgendwas kurz brauchte. Sonst ist es immer da drin. Ich benutze es. Tastatur habe ich halt dafür bei dem iPad dann immer jetzt mit iPadOS eben noch praktischer. Das Ding ist genial. Ist zwar ein bisschen teuer, aber wenn man ein Accessory kaufen will, dann das. Nubium Red Magic 3. Ja, mir hat die Software nicht ganz so gefallen. Aber war nicht ganz gut. Dann gab es ein Video Fuji X-T3. Hitzeprobleme zu kurzen Reviews. Ein Tester, Frank, Tester. Zu der Kamera selber. Also das Hitzeproblem ist ja jetzt im Winter nicht mehr so das Problem. Im Sommer wird es wahrscheinlich wieder eins. Ich habe jetzt zwar den Lüfter noch dran, aber einer hat nicht geholfen. Ich habe es jetzt halbwegs umgehen können, weil ich einfach nicht mehr die Aufnahmetaste drücke. Dadurch ist der Autofokus aber sowieso bei der Kamera besser. Also es langt mir. Und wenn ich jetzt sowieso nur ein Video mache in einer Sprache. Also ich hatte da jetzt eigentlich keine Probleme. So schlimm. Aber damals war es relativ heftig. Auf das andere muss ich nicht eingehen. Terramaster, ja. Habe ich noch. Nutze ich noch. Bin ich aber enttäuscht. Also ich kriege nicht mehr wie 70, 80 teilweise Übertragungsgeschwindigkeit. Und irgendwie schalte die Platte immer ab. Und irgendwie wird sie oft nicht erkannt im System. Und das ist ein bisschen nervig. Das war aber erst nachdem ich einmal kurz die Platten auf Standby geschaltet habe. Also in der Software. Ob sie nach einer halben Stunde eben abschalten oder nicht. Und mir kommt es vor, als ob das irgendwie nicht mehr deaktiviert wird. Obwohl es eigentlich deaktiv ist. Und das nervt. Dann gab es ein Video, da habe ich mich sogar gefreut, dass das immerhin 5000 Views bekommen hat. Da ging es eben darum, dass ich 3,5 Millimeter Klinke eigentlich immer noch vorziehe. Definitiv gegenüber USB-C. Und dann gab es da halt eine Diskussion, wieso ich USB-C Audio überhaupt nicht mag. Und ich merke es auch jetzt zum Beispiel schon wieder bei diesen Cloud Orbit, die ich habe. Die funktionieren eben über USB-C. Und der Klang, den man hat, kann man nicht beeinflussen. In dem Fall gibt es zwar einen Kopfhörerausgang, also einen Klinkeausgang. Aber man muss das Gerät trotzdem einschalten, weil der Verstärker eben im Kopfhörer ist. Und es gibt keinen Passivmodus. Das ist ein Unding für mich. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil von einem Klinkeneingang ist, dass ich eben passiv betreiben kann. Und das kann ich bei denen nicht. Das sind so Fails. Deswegen hoffe ich mal, dass sich USB-C Audio nicht wirklich so umsetzen wird. Und wir noch genug klassische Klinkenkopfhörer behalten werden. Xiaomi Band 4 gegen Amazfit. Ich benutze weder noch, schon lange. Bin einfach kein Tracker-Träger. Aber ansonsten, wenn würde ich glaube zum... Wobei Akkulaufzeit nicht so besonders war. Würde ich aber sonst zum Honor Band greifen. Hat halt gefühlt, glaube ich, die Hälfte der Akkulaufzeit, wenn überhaupt. Also ich komme da knapp über eine Woche mit, glaube ich. Also das war enttäuschend. Aber ja, Xiaomi Band 4, schönes Ding. Tribbit X1, TBS, wo man nicht mehr drüber reden muss. Samsung Galaxy A80. Ja, ist mittlerweile auch extrem billig geworden. Kostet 350 Euro oder so. Damals, glaube ich, war es knapp 800. Viel zu teuer, das ganze Prinzip und so. Jetzt günstiger mittlerweile. Kann man es in Erwägung ziehen. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Dann Rambling müssen wir auch nicht drüber reden. Mobvoi TicWords 3. Ich sollte die Woche wahrscheinlich die 2er kriegen. Wobei, ich darf eigentlich noch gar nichts zu sagen. Aber ich habe ja nichts gesagt, außer dass sie kommen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie schon irgendwie bekannt ist. Aber die Dinger waren ein Fail. Und ich sage noch nichts der Neue. Aber die Dinger waren viel zu teuer für die Technik. Ich habe sie auch sehr, sehr spät getestet. Aber egal. Dann Denon AHGC30. Ne, das war nicht der. Habe ich jetzt mit dem Joy-Buffer verwechselt. Der war nichts Besonderes. War mir vom Klang nichts Besonderes. Habe ich auch sonst, glaube ich, bei den ANC-Tests nie wirklich erwähnt. Dann Parmus Lite. Nicht schlecht, aber nur für den günstigen Preis von knapp unter 50 Euro. Diesen teuren Preis sind es absolut nicht wert. Aber klang nicht ganz gut. Akkulaufzeit war super. Komfort. Ja, sie waren halt ein bisschen groß. So, wo sind wir mittlerweile? Hier sind wir bei Juli. Okay. OnePlus 7. Ja, habe ich getestet. Titel sagt im Prinzip alles. Wenn es keinen Pro gegeben hätte, damals hätte ich wahrscheinlich zu denen gegriffen. Bin aber froh, dass ich nicht gemacht habe, denn das 7T ist nochmal viel, viel besser. Dann Kameravergleich. Xiaomi A3 war ein Ramblin. Können wir weglassen. Sennheiser G-SB670. Mir viel zu leise. Sonst, deswegen benutze ich es ja auch gar nicht. Also, wenn die einen abkaufen, soll er sich melden. Sonst ein geiles Ding. Aber wenn ich die Lautstärke nicht kriege, dann bringt mir sowas nichts. Dann Sony WF-1000XM3. War eine positive Überraschung. Klang deutlich besser, als ich gedacht habe. Hat letztens einer gemeint, wie ich auf meine Akku-Werte gekommen bin. Und als ich die dann nochmal nachgeguckt habe, dachte ich auch, so viel. Kann ich mich selber nicht daran erinnern. Aber wenn ich es mir so aufgeschrieben habe, dann muss das auch so gewesen sein. Aber waren ganz gut. Wären nicht mein Daily Driver. Auch wenn ich sie hätte behalten können, weil sie vom Komfort mir einfach zu locker im Ohr saßen. Dann Xiaomi Mi CC9. Hätte das A3 sein sollen, meiner Meinung nach. War eigentlich ein gutes Handy. Ist eben für viele, die es vielleicht nicht wissen, ist das Mi 9 Lite als globale Version. Eigentlich ein schönes Handy. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen für das Geld. 120 Pro. Besser als erwartet. Gibt es auch nicht viel zu sagen. War eigentlich ganz gut. Also Kamera war besser als ich dachte. Natürlich ist es nicht ganz und eben durch das LCD-Display auf dem Huawei-Niveau. Aber nicht schlecht. So, dann Logitech G Pro X. Da muss ich sagen, im Nachhinein verstehe ich nicht mehr ganz, warum ich das so, glaube ich, positiv bewertet habe. Weil ich habe es letztens nochmal getestet. Ich finde es nicht mehr... Also Komfort finde ich immer noch sehr gut. Mikro ist okay. Habe ich damals irgendwie deutlich höher gepusht. Ich weiß nicht genau, was da los war. Und klanglich ist es... Ja, ungefähr immer noch auf dem Cloud-2-Niveau. Aber das habe ich auch damals schon so gesagt. Aber es kostet ja auch deutlich mehr als ein Cloud. Deswegen da hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Test. Wobei, ich hatte es eigentlich recht lange schon vor dem Embargo und so weiter. Verstehe ich nicht ganz. Mr. Speaker's IFA 2. Ich bin ihm nicht würdig. Das war irgendwie so ein High-End... Man nennt es auch teilweise Endgame-Kopfhörer, der mich total kalt gelassen hat. Dann Sony WF-X1003 Test. One more Quad-Driver. Nichts Besonderes. Müssen wir nicht drüber reden. Biodynamic Bluebird und Soulbird. Geile Dinger. Da hätte ich mich über mehr Views gefreut, weil die Dinger glaube ich einfach voll unter dem Radar laufen. Sehr gute Verarbeitung. Gerade auch das Kabel. Verknotet sich nie. Sitzen super im Ohr. Super dezent, weil sie überhaupt nicht rausstehen. Und ein echt guter Klang fürs Geld. Und vor allem eben in Verbindung mit dem Komfort und der Verarbeitung. Also das sind auch meine momentan immer noch Daily Driver In-Ears, wenn ich mit Kabel unterwegs bin. Die Bluebird, also im Prinzip die Bluetooth-Nackenband, das ist einfach nur ein Kabel dazwischen. Würde ich öfter nutzen, aber der Akku hält mir nicht mal 5 Stunden. Das ist mir einfach nicht gut genug. Ich habe es aber auch damals im Test schon gesagt. Wenn die den Akku mindestens mal um 50% verbessern, dann wären es wieder meine Daily Driver. Also benutze ich teilweise auch, wenn ich weiß, der Tag ist nicht so lang, weil sie halt im Prinzip genauso gut klingen wie die Soulbird. Aber ja, dann Miso 16s, beste Design des Jahres, für mich eigentlich immer noch. Also wenn es rein um das Inhand-Feeling geht und alles, nur die Software war nicht mein Ding. Aber das Gerät von der Hardware war Hammer. Rambling können wir weglassen. Dann über Lautsprecher, ja, 3300 News geht es sogar damals. Also da ging es halt einfach nochmal. Ich habe im Prinzip das Gleiche schon mal vor fast einem Jahr, also da davor, mal ein Video gemacht, als ich mit Lautsprechertests angefangen habe, wovon ich nicht viele gemacht habe. Und nochmal ein bisschen so meine Geschichte zu Lautsprechern und so weiter erwähnt. Dann auch die Nubox 483 getestet. Ganz okay angekommen. Dann Rollei. Das habe ich mittlerweile zurückgegeben, einfach weil ich es nicht oft genug nutze. Ich bräuchte es echt nur 2-3 Mal im Jahr und das hat sich nicht gelohnt. Und ansonsten die Chrom-Version, die Carbon-Version, die allerdings mittlerweile sogar verbessert wurde. Weil damals habe ich ja noch gesagt, ich finde es blöd, dass man die Hauptstange nicht runterfahren machen kann. Das wurde mittlerweile sogar gefixt. Dann RHA T20 Wireless. Ich habe mir damals, als ich den T20i getestet habe, gewünscht, dass eine Wireless-Version kommt. Die ist dann gekommen. Ist auch ein echt super Kopfhörer, aber der sitzt bei mir einfach wie die manchen RHAs. Nicht ganz so gut im Ohr. Aber ansonsten, mir gefallen die 750er persönlich immer noch ein bisschen besser. Dann Handy-Tarife. Gibt es nicht größer, denn dann David Chahaya. Das war auf der Gamescom, da hatte ich nochmal ein kurzes Interview. Da gibt es nicht viel zu sagen. Dann die Biodynamic-Amazon-Wireless-Copper. Wundert mich jetzt, dass ich den irgendwo hier drunter, glaube ich, den Amazon-Wireless-Test übersehen habe. Und der müsste dann auch in diesem Jahr gewesen sein. Geiler Kopfhörer. Aber halt in der Copper-Version mit 800 Euro einfach zu teuer. Man kriegt die normale schon für knapp 600 Euro. Ist immer noch teuer für einen Bluetooth-Kopfhörer gerade, aber echt ein cooles Teil. Das Problem ist halt bei dem nur, dass er muss sealen. Also er muss praktisch abschließen. Wenn er das nicht macht, verliert man so extrem viel Bass. Das war ein Riesendesign-Patzer. Habe ich damals aber bei dem normalen Wireless-Test schon gesagt. Bei dem Amaron-Copper hatte ich das Problem nicht mehr ganz so. Dann Lenovo HTC, können wir eigentlich weglassen. War Klang leider nicht gut. Also hätten sie nur den Klang gehabt von diesem Lenovo Air, dann wären sie die 40 Euro mit den Features auf jeden Fall mega wert gewesen. HWG1 war gar nichts. Alienware, cooles Ding, aber ich brauche keinen Desktop im Laptop. Steht ja auch noch dran, ich sehe es gerade. Portabler Gaming-Desktop im Laptop-Tano, ja. Dann MrSpeakersEver, das ist total untergegangen. Das Video, nicht mal 900 Views. Ging es halt nur um die extra Polster und was ich danach noch zu dem Kopfhörer sage. Ja, dann OneMorePiston FitBT. Total leider untergegangen, die Dinger. Also nur 30 Euro war es ein echt, echt nettes Nackenband-System. Dann Samsung Galaxy Note 10, Kameratest. Dann die Sandy Audio Iva. Das hat auch leider nur 3000 Views nicht mal bekommen. Auch total unterschätzt. Das war der erste Kopfhörer. Super Klang. Also ich überlege teilweise immer noch jetzt vielleicht meine LCD 2 zu verkaufen und die zu holen. Problem ist bei den LCD 2, was ich nicht ganz so verstehe, ist, dass wenn ich sie jetzt anziehe, drücken sie mir auf den Kiefer. Und das war so ein Problem, das viele Leute damals auch hatten. Und auch erwähnt haben. Und damals hatte ich das Problem null. Ich habe es ja damals stundenlang auftragen. Also aufhaben können hat mich nicht gestört. Aber jetzt mittlerweile, nach 5 Minuten, übt es hier so einen komischen Druck auf, weil die Teile ja recht groß sind, dass es mir echt der Kiefer wehtut. Also das kann ich nicht ganz verstehen. Dann Hiber R5. Das Problem, das ich damals mit dem hatte, dass ich die Verarbeitung ein bisschen billig fand, aber dass es auch stark überhitzt hat. Das Überhitzen wurde anscheinend mittlerweile per Upbeat gelöst. Dann ist es ein echt guter Kopf-MP3-Player. Samsung Galaxy Note 10 müsste auch relativ negativ angekommen sein. Ja, 80 Prozent, also 650, 256 Likes. Mich hat es absolut nicht überzeugt. Also schon, aber nicht halt im Vergleich zu dem S10, keine Steigerung. Dann meine IFA-Ausrüstung, das war eh so ein Witz. So viel mitgenommen, wobei ich schon relativ kompakt gehalten habe und davon nicht mal 10 Prozent dann wirklich genutzt. Sony 4 und 3, die teste ich übrigens gerade. Ne, ich spoiler nicht, ich sag nichts. Aber dadurch, dass ich jetzt eher ein Lachen im Gesicht habe, anstatt irgendwie mies gucke, könnte ich denken, dass der Test nicht negativ verlaufen wird. Logitech MX Keys. Ja, hammergeile Dinger. Oder Dinger, ist ja nur eins. Super Tastatur, also die bleibt ewig lang, mein Daily Driver als Tastatur. Dann Asus ROG 2. Das war noch der erste Eindruck, richtig guter. Kommen wir nachher noch beim Test dazu. Sony Xperia 5. Wem es gefällt? Ein kleineres X1 halt, oder Xperia 1. Sony Walkman A 100er Serie. Also ich habe ja das Ding jetzt hier. Das Ding ist so Schrott. Also ich habe jetzt gerade, also das Ding ist angegeben mit, glaube ich, 24 Stunden Akkulaufzeit. Ich nutze es jetzt gerade seit eineinhalb Stunden für einen Akkutest von einem Kopfhörer. Also praktisch nur über Bluetooth. Also das Teil gibt ja noch nichts mal hier unten aus. Und nach einer Stunde 35 bin ich bei 83 Prozent. Also das Ding, man rechnet es hoch, hält nicht lange vom Akku. Nicht mal ansatzweise die Akkulaufzeit, die es haben soll. Aber es ist eh so ein totaler Fail. Ganz normaler IFA Vlog. Ich glaube, das war auch der Einzige, den ich gemacht habe. Aber es ist, hat der Witz ist halt, das ist eine Stunde lang. Also der Taipei Vlog war eine Stunde 45. Hat aber mehr Views bekommen als der Vlog, der mir am Herzen liegt. Das Ding war halt nicht schlecht. Aber bei weitem nicht das. Dann Realme 3 Pro. Das war so ein erstes Zeichen, das Realme kann. Ich komme nachher noch später zu, was sie damit meinen. Aber war ein nettes Handy, aber nicht ganz so gut wie ein Redmi. Dann Blue Yeti X. Der König unter den USB-Mikros jetzt noch besser. Da müsste ich meinen, das ist eins von vielleicht fünf Videos aufs ganze Jahr gesehen, wo ich meine Meinung auch ein bisschen ändern müsste. Das Rauschen ist zu stark. Die Leute, also ich habe das ja eine Woche, zwei, als mein Daily Driver, also Mikro benutzt. Und Leute haben sich so verhältnismäßig, weil nie früher einer was gesagt hat, sogar beschwert, dass der Klang nicht gut ist. Dann habe ich es weggemacht. Weil ich glaube, ich habe die ganzen Abstimmungen nicht sauber hinbekommen. Aber ich benutze zum Beispiel auch jetzt, wenn ich einen Stream habe mit jemand, benutze ich das normale Yeti, das ich nachträglich bekommen habe. Und das ist eben ohne diese Yeti X-Software, also diese Blue Mic-Software, klingt es besser. Und deswegen, da würde ich meine Meinung wieder zurückgehen. Also da würde ich eher sagen, kauf das normale. Killer B Gaming Chair übrigens, das ist auch einer, den ich gerade im Test habe. Das ist der 8204-Test. Hoffe ich mal, kriege ich so in ein, zwei Wochen mal rum. Der ist cool, der ist cool. Also der hat Potenzial, sogar mein Daily Driver zu werden, weil er halt ein paar passendere Features hat. Weil er extrem weit nach hinten geht, was mein DX Racer nicht kann. Das Blöde ist halt, die Lehnen sind fest. Also höhenverstellbar ja, aber leider nicht jetzt drehbar wie bei manchen anderen. Was ich eigentlich immer nutze, weil ich immer nach innen habe, weil ich enger die Arme dran habe. Aber der hier war mir einfach riesig zu groß. Aber war ja auch für große Leute ausgelegt. Dann Asus ROG 2 hat sogar 38.000 Views fast bekommen. Geiles Ding. Also da habe ich erst, glaube ich, letzte Woche noch überlegt, ob ich mir nicht das holen soll. Weil ich die 120 Hertz so geil finde. Aber okay. Dann Jabra Elite 85H. Ordentlicher Kopfhörer. Gab es teilweise schon für 200 Euro. Für das Geld kann man empfehlen. Fintyte Backpack. Habe ich eine Weile als Standardrucksack benutzt, aber dann wieder doch nicht, weil... Aus welchem Grund... Ja, ich habe einfach viele kleinere Taschen doch lieber. Wobei ich im Test ein bisschen was anderes gesagt habe. Aber das hat sich nach einer Weile dann doch herausgestellt, nicht so optimal zu sein für mich. Wir laufen auf die Stunde zu. Aber wir sind ja jetzt auch schon immerhin bei Ende September. Dann Huawei Mate 30 Pro. Ein bisschen klar, wir waren rambling. Müssen wir nicht groß was zu sagen. Redmi Note 8 Kamera. Also Note 8 Pro hatte eine deutlich bessere Kamera. Aber mir hat einer gesagt, dass mit Updates das 8er an das Note 8 Pro deutlich näher rangekommen wäre. Das wäre dann schon deutlich weniger Grund noch das Pro zu kaufen. Denn das war einer der Vorteile von dem Pro. Einer der größeren. Dann gab es eben noch das Review. Die Aftershock Aeropacks. Also diese Bone Conduction Kopfhörer. Wäre ich nicht so empfindlich auf Dinge um mein Ohr. Also so gerade wie eine Brille, die ich ja... Wie lange hatte ich Brille? Zwölf Jahre oder so hatte ich sie, bevor ich gelasert habe. Wenn mich das nicht so stören würde, würde ich die Dinge glaube ich öfter tragen. Weil es ist cool halt, wenn man Sound einfach hört, ohne jetzt wirklich was im Ort zu haben oder so weiter. Dann haben wir geile Deck Amps. EarStudio S100. Und das ist eben zum Beispiel das, was ich mit den Soulburning Verbindungen nutze. Also wenn ich bei der Arbeit oder so weiter mal kabelgebundene nutze, dann eben mit dem EarStudio 100. Weil ich dann einen Bluetooth Receiver habe und der Klang eben direkt praktisch vom Handy kommt. Aber ich nicht am Handy ein extra Kabel haben muss. Und das Ding ist geil. Jeder, der einen besitzt, der gibt mir recht. Dann gab es noch ein Rambling, das wir weglassen könnten. Und wir kommen jetzt schon auf die vorletzte Seite. Clipsch T5 True Wireless. Einfach überteuert. Habe ich auch gestern mit Ronny noch drüber geredet. Der lässt den Test sogar weg. Für 200 Euro ist einfach nicht gut genug. Also wären sie 100 Euro, könnten wir weiterreden, aber so nicht. Dann Pro Scenic i9 Akkustaubsauger. Ich bin voll zufrieden mit dem Teil immer noch. Also damals habe ich, weil ich halt einfach mich nicht mit Staubsaugern auskannte, weil ich noch nie solche genutzt habe, habe ich noch gesagt, ja, ich glaube nicht, dass es als vollwertiger Staubsaugersatz dienen kann. Und man braucht immer noch einen richtigen. Dann meint ihr, ja, wenn ich ja das noch brauche, dann ist ja das Ding sinnlos. Für mich ist es mein kompletter Staubsauger. Ich habe meinen normalen mit Schlauch schon lang, also mit Schlauch, mit Kabel nicht mehr genutzt, schon ewig. Aber ich habe gedacht damals, dass Leute das vielleicht noch anders sehen, aber anscheinend doch nicht. Deswegen war die Einschätzung einfach ein bisschen falsch. Dann Nubot X6000. Das ist definitiv mein Lautsprecher-Highlight, das ich dieses Jahr, also hier zum Testen hatte. Weil ich habe echt überlegt, mir auf sowas umzurüsten. Aber ich will dann noch die 8000 einfach mal hören, um zu wissen, was dann nochmal machbar ist. Aber ich habe zum Beispiel noch die Nuvero da und die NuLine. Auch super Dinge, aber die haben es mir megamäßig angetan. Haben Views? Ja, so 4,8 geht. Aber Lautsprecher ist ja auch Nische. Dann Hammergeil Deck-AMs 2, also Audio-Lack-AM Deck-Nano. War nochmal besser als der E-Studio. Leider allerdings die Akkulaufzeit, die war echt schwach. 4, 4,5 Stunden oder so überhaupt. Nein, ich glaube 3,5 Stunden. Die war auf jeden Fall schwach. Sonst habe ich echt damals überlegt, sogar das Ding zu kaufen. Aber es hat ein paar ein Design machen. Die Tornet und Wander-Kürbis-BT hätte ich damals eigentlich zurückgeben sollen. Ich habe die auch angeschrieben. Haben sich nie gemeldet. Aber ich benutze die Dinge auch nicht. Das Grundrauschen war einfach viel zu laut. Klang nicht, sonst waren sie eigentlich ganz gut. Honor Band 5. Bessere Mi Band. Wie gesagt, Akkulaufzeit war nicht ganz so besonders. Aber sonst ein gutes Ding. OnePlus 7T Pro. Kritischer Statusbericht. Wie ist das eigentlich angekommen? 94% Likes. Ja, das Ding unnötig. Das sage ich immer noch. Also es ist kein Upgrade im Vergleich zu einem 7 Pro. Deswegen, ja. Aber wer jetzt kaufen will, soll es sich kaufen. Aber man kriegt ja mittlerweile auch ein 7 Pro. Halt verdammt billig. Dann Kameravergleich. Gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen. Creative Outlier Gold sind im Prinzip die Creative Outlier Air. Eben mit nochmal mehr Akkulaufzeit. Aber ansonsten im Prinzip gleich. Plus Super X5 Feature, was kein Mensch braucht. Auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Dann Soundcore Infini Pro. Ich glaube, mittlerweile hat es ein paar Dislikes bekommen. Sogar sieben Stück. Das Video war nämlich ewig lang. Also bestimmt einen Monat, glaube ich, mit null Dislikes. Jetzt hat es ein paar bekommen. Aber ist ja egal. Aber, ähm, ne. Also ich habe das Ding danach nie wieder benutzt. Klang nicht besonders. Dann Mate 30 Test. Wie kam der an? Geht sogar. Also 90% Likes Ratio. Besser als erwartet. Also nur, wie viele sind es? Nur 96 Dislikes. Aber halb 900 Likes. Also. Das geht besser und billiger und Google. Achso. Ja. Achso, das war. Ah, ja, ja, ja. Klar. Jetzt gar nicht dran gedacht, weil ich gerade nur durch die Videos durchgehe. Das war ja das mit den Google Diensten. Oder eben ohne Google Dienste. Ja. Einfach extrem überteuert, so Handys mittlerweile. Also ich weiß nicht. Dann Bose 1C100. Hat mich am Anfang echt begeistert. Aber nach ein paar Tagen ging das wieder zurück. Ja. Ich glaube nicht, dass die ansatzweise den Status bekommen, den die QC35 damals noch hatten. Trimit Flybats. Hätten besser sein sollen. Laut Lemmy. Ich glaube auch laut Ronny. Für die 50 Euro fand ich nichts Besonderes. Absolut nicht. Soundcore Live Q20. Für 60 Euro solide. Kann man nichts sagen. Also wer nicht mehr Geld ausgeben will, ist ja ganz gut aufgebildet. Aber wenn jetzt keine ANC braucht, werdet ihr mit dem Tribit X-Free Tune oder Free X-Tune werdet ihr besser aufgehoben. Dann gab es die große 2019er Flaggschiff Smartphone Übersicht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das nur eben jetzt 8300 Views hatte. Da habe ich mir mehr erhofft. Weil ich dachte so, so eine riesen Zusammenfassung. Wie lang war sie? 53 Minuten. Gut, sie war vielleicht ein bisschen langweilig anzusehen, weil ich halt nur über die Handys geredet habe. Nichts gezeigt habe und so weiter. Aber bei einer Stunde hätte ich da jeweils noch die ganzen Videoschnipsel reingeschickt. Dann hätte mich das tagelang gedauert zum Schneiden. Deswegen, aber da habe ich ein bisschen mehr Interaktion auch. Ja, geht sogar noch mit 150 Kommentaren erhofft. Aber ja, war ja nur so ein Nebenher-Video. War nicht groß vorbereitet. Was deswegen passt, ist schon. Dann XMG Fusion 15. Bis auf den Lautsprecher. Echt gutes Ding. Und ja, ich habe das aber auch im Test so angesprochen. Das erklärt absolut wieso, als sie es mir auf der Gamescom vorgestellt haben und ich nach den Lautsprechern fragte da so, dass komplett außen vor gelassen wurde. Also man ging auf die Leistung ein, man ging auf das Display ein, auf alles mit. Und dann merke ich so nach so 10, 15 Minuten, nachdem wir so geredet haben, vielleicht war es auch länger, weiß ich nicht. Und dann merke ich so, es wurde kein Wort über die Lautsprecher. Da dachte ich, was ist denn mit den Lautsprechern? Ja, und dann ab dem, diesen, ja, da war schon alles klar. Und dann so, ja, sie sind okay. Und die waren halt echt eine Enttäuschung. Aber wer nicht viel Wert legt auf die Lautsprecher bei einem Laptop, der ist sonst gut aufgewahrt. Dann den und PMA 150H war ich glaube ich mein zweiter. Also wenn man es so sieht, dritter Verstärkertest. Geiles Teil, hat mir gefallen. Leider ein bisschen teuer, aber halt auch Feature-technisch echt geil. Bei Dynamic DT1770 Pro, nicht ganz mein Ding, die Pro-Serie, also diese vierstellige. Also 19, 19, 17, 70, aber ich kann eben nicht viel absprechen. War echt ein gutes Ding. G915 Lightspeed war vier Monate später, also war vier Monate lang mein Daily Driver. Wurde eben dann jetzt durch das ersetzt. Wäre die nicht gekommen, hätte ich die anderen noch weiter behalten. Aber ich finde die halt im super flachen Design, auch wenn sie jetzt eben keine RGB-Beleuchtung hat. Ich glaube Akku hält nicht ganz so lange und auch kein taktisches Klickern und so weiter, hat sie zwar ein paar Dinge weniger, aber das Tippfeeling hier ist einfach genial. Deswegen aber die Logitech G915, cooles Ding. Sennheiser Momentum 3 Wireless. Wenn ich selbst einen kaufen müsste, wären es vielleicht immer noch die, aber objektiv gesehen gibt es jetzt einen als ganzes besseren. Zu dem sage ich aber noch nichts. Kelodo Shockbeats, totaler Einfall, müssen wir nicht erwähnen. Dann ANC-Kopfhörer-Vergleich. Das ist auch sehr, sehr schwach angekommen. 3.600 Views. Ich glaube mal, der riesen Unterschied ist, dass ich damals, als ich vor zwei Jahren oder drei Jahren, weiß ich nicht, einen ANC-Kopfhörer-Test gemacht habe, gab es vielleicht noch nicht so viele so Vergleiche. Da hatte ich, glaube ich, acht Stück. Hatte aber auch alle hier und konnte alle zeigen und im Detail erklären. Jetzt habe ich mir nur zehn Minuten Zeit genommen, weil ich sie halt alle nicht hier hatte. Das war das Problem. Und der hat damals 50.000, 60.000 Views bekommen, extrem viele Kommentare, dass er 3.6 bekommt. Also war wahrscheinlich einfach unglücklich umgesetzt, weil ich sie halt nicht da hatte und so weiter. Aber das konnte ich halt nicht beeinflussen. Dann Realme X 2 Pro, Preisleistungsrache des Jahres. Im Prinzip ein 7T, ein günstiger. Mit nicht mal wirklichen Nachteilen bei der Software. Kamera war halt nicht auf dem Level. Aber wenn Kamera nicht so wichtig ist, ist es mit dem Realme X 2 Pro super offenbart. Geiles Teil. Dann zwei Dell Attitude, Business Laptops, die ich getestet habe. Ich glaube, weniger interessant. Von den meisten hier müssen wir nicht drüber reden. Also mir hat persönlich das nicht 2 in 1 besser gefallen. Dann KZ-E10, klanglich. Ja, stimmt. Ich habe die Melomania als beste. Die waren klanglich noch besser. Das Problem bei denen war einfach, dass da ein paar Sachen, also erstens, ne, Preis ging, glaube ich, aber die saßen bei mir katastrophal im Ohr. Ich habe Ohrenschmerzen bekommen ohne Ende. Die Akkulaufzeit war, glaube ich, mit fünf Stunden noch okay. Aber es gab auch Verbindungsprobleme. Heftige. Oh, jetzt nähern wir uns dem Ende zu. Ihr wolltet Klarheit. Hier, bitte. Um was ging es da? Einige von euch wollten anscheinend wissen, wie es um die Zukunft des Kanal steht. Ich hoffe, ich kann diese Frage klarstellen. Geht sogar noch. Also 45 Dislikes bei 633 Likes, 8000 Views. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es genau da ging, muss ich ganz ehrlich sagen. War aber wahrscheinlich wieder ein Heuler-Video. Ja, also irgendwie das Video. Ich weiß, dass ich es gemacht habe, aber ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Dann Creative Sound Blaster X3 habe ich noch hier. Aber ich nutze, wenn dann, eher den Gear 6. Anchor Sound Call Liberty 2 Pro. Cooles Ding. Gibt es nichts zu sagen. Klingt gut. Ein bisschen basslastig. Akkulaufzeit ist gut. Mikrowights, glaube ich, auch okay. Ja, auf jeden Fall. Für einige Leute interessant. Dann BMW PX5. Schöner On-Ear 1C. Klanglich nicht so genial, wie alle immer sagen. 1C halt gar nicht gut, aber okay. Okay, dann Surface Laptop 3 und Surface Pro 7 hat mittlerweile, ja, ich sag mal akzeptable Views bekommen. Wenn ich halt überlege, dass ich letztes Jahr auch nicht früher dran war mit dem Test und, glaube ich, 60.000 Views bekommen habe, noch bei dem Surface Pro 6 Test. YouTube mittlerweile. Also, ich kann die Videos genauso gut machen wie ein Jahr davor. Wobei, das ist vielleicht eher wie Stagnation und wird so gesehen, als ob ich nicht besser geworden bin. Was ich auch nicht bin. Aber, was vor einem Jahr noch das 10-fache an Views bekommen hat und dann das jetzt zu sehen, ist schon ein bisschen komisch, wenn man halt nicht wirklich was verändert hat. Aber, es gibt ja auch viele verschiedene Gründe, weil YouTube da heutzutage. Jabra Elite 75T, etwas, die viel Schatten. Überteuert. Überteuert und feature-technisch hinterher. Klar, dieses Master-Modus auswählen soll mit einem Update Anfang des Jahres kommen. Klang war echt gut, arg basslastig, aber sehr gut. Aber, ich habe, na, das war, glaube ich, also die oder die E10 waren für mich die Kopfhörer, wo ich noch nie mehr Kopfschmerzen, also Ohrenschmerzen hatte, wenn ich die länger drin hatte. Und länger ist nicht mal lang. Insta One Free, also, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war der Test der Insta360 One X und ich habe den dummerweise vor dem One X Footage-Video gemacht. Beide gleichzeitig released und das erste ist total untergegangen. Also, ich glaube, das hätte mehr als 777 Views bekommen müssen. Also, das ist total untergegangen. Denn das Video, wo ich nur dann zum Waldlaufen ein bisschen labert, hat 1.5 bekommen. Das war auch nicht viel, aber das war einfach strategisch dumm. Dann TicWatch Pro 4G, ja. Android Wear, nicht mein Ding. Es ist eine gute Watch, aber halt nicht mein Ding. XPG Summoner, gute Qualität. Ist halt auch untergegangen. Also, ist eine Marke, wo wahrscheinlich die meisten Leute nicht kennen. Deswegen hat es auch nicht viele Views bekommen. Ist halt kein Corsair, ist kein Logitech oder SteelSeries oder Rocket und so weiter. Aber war ein gutes Ding, hat mich gut gefallen. Dann die Biodynamic DT880 Pro 250 Ohm gegen die 600 Ohm. Also, ich warte noch auf den Gutschein. Ich hoffe mal, ich kriege den noch bevor, weil ich kriege so ein bisschen, aber nur einen kleinen Rabatt von Biodynamic. Ich hoffe mal, ich kriege den, solange noch die 20% bei der Manufaktur sind. Weil ich möchte mir von den 880ern in der 600 Ohm-Version und von den 99ern in der 600 Ohm-Version jeweils in Manufaktur, also selbst designen. Aber ich habe da auch noch die Anfrage gelaufen, bei denen, wie das mit dem Manufakturkonfigurator aussieht. Weil früher war da deutlich mächtiger. Man hatte deutlich mehr Farbauswahl, deutlich mehr Stoffauswahl und andere Dinge. Das hat man jetzt alles nicht mehr. Und ich wollte wissen, ob das nachträglich noch geht, weil die sagen, dass man es nachträglich noch abändern kann. Aber dann geht es ja auch vielleicht in den Vornherein schon. Dann view-technisch eigentlich ein total für mich unnützes Video. Das war die 3D-Connection Cut Maus Pro. Ja, einfach, glaube ich, kein Interesse von den Leuten an der CAD-Maus. Kann ich aber auch nachvollziehen. Sanz, Sennheiser GSP370. Zu teuer. Mit 200 Euro einfach viel, viel zu teuer. Welche Unterlage gefällt euch am besten? Also mittlerweile habe ich mich ja entschieden. Ihr habt die eine wahrscheinlich schon alle gesehen, die neue. Die waren in dem Video nicht mal drin. Gefällt mir super gut. Sieht auf Videos gut aus. Ich habe die Lava noch behalten. Die mit der grauen Weltkarte auch noch. Den Rest müsste ich aber irgendwann mal zurückgeben. Dann iFi Audio Zen Blue und Zen Deck. Leider auch nicht wirklich viele Views bekommen. Aber ich denke mal, so iFi-Produkte sind hier nicht so interessant. Oder iFi. Cooles Ding. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Power bei den Deck gesehen. Hätten sie da, wie schon gesagt, so eine Black Label Edition. Rausgebracht mit mehr Power. Dann würde ich mir echt überlegen, so ein Zen Deck zu holen. Weil Qualitative war das Ding vom Klang echt super. Wenn ihr nicht allzu laut hört oder keine super hochohmigen Lautkopfhörer habt, dann ist das Ding geil. Echt. Logitech. Ja. Muss ich zu den MX Keys nichts mehr sagen. Geiles Ding. PX7. Einer der besten 1C-Kopfhörer. Ja, mit einer der als Ganzes noch besten. Das muss ich ihm trotzdem geben. Auch wenn er klanglich nicht bei weitem so überzeugt hat, wie manche sagen. Also, Creative SX2 Theater gibt es komischerweise gar nicht mehr zu kaufen. Ich denke mal, deswegen hat es noch nahezu keine Views bekommen. Ich habe die damals auf der IFA bekommen. So praktisch ein Goodiebag, als ich bei Creative war. Ja. Sind aber gut. Astro Mixon Pro, der ist nicht gut. Einfach zu wenig Power. Naja, das war einfach nichts. Das Astro A40. Echte Überraschung. Hat mir gut gefallen. A50 Test. Kommt wahrscheinlich die Woche auch noch. Dann die Bionemic Tiger 300R. Die benutze ich sogar noch gerade mit dem Sennheiser. Mit dem 1.000, nee, 2.400 Euro Kopfhörer. Stärker klingen die so geil. Also, die machen einfach nur Spaß. Das ist so ein richtiger, chiller Spaß-Hab-Kopfhörer. Aber auf einem qualitativ geilen Niveau. Echt coole Dinge. Dann YouTube Equipment zu verkaufen. Da muss ich sagen, bin ich sauer bei manchen Leuten, die Anfragen nach dem Angebot, ich eins rausschicke und sich dann einfach nicht mehr melden. Also, ich habe nicht gesagt, das ist ein fixer Preis. Und die Leute hätten zumindest sagen können, ja, okay, hat sich erledigt. Manche haben das auch. Gerade die, die mich mal Instagram oder per E-Mail angeschrieben haben. Aber gerade die in den Kommentaren wollten wissen, was kostet das und das. Dann schreibe ich einen Preis rein, dann kommt gar nichts mehr. Also, ich bin froh. Und übrigens viel Spaß an alle, die sich das Zeugs gekauft haben. Weil ich habe in dem Zuge auch noch die Sabbatet 12 angefragt und verkauft. Aber das komplette Sony-System ist weg. Also, Sony und die ganzen Objektive gingen an einen weg. Habe ich auch heute losgeschickt. Er hat es gut günstig bekommen, würde ich mal sagen. Also, das war wahrscheinlich das preis-leistungstechnisch beste Paket. Ich habe es ja für 700 verkauft. Neupreis wäre weitaus höher gewesen. Also, ich glaube, der ist zufrieden, weil hat er sich gekauft eben, hat er gesagt, so als Familienkamera für eben alles zum Aufnehmen. Wird bestimmt viel Spaß dran haben und ist im Prinzip ja ein Neuzustand. Gerade der Akku, der nicht einmal aufgeladen wurde. Ich hatte sogar echt Probleme, das Ladeteil davon zu finden. Ja, ich glaube, das habe ich ihm vergessen zu schicken. Ich weiß nicht, aber Akku hat er. Aber es lässt sich ja per Micro-USB laden. Aber ich glaube, das Netzteil habe ich total vergessen, ihn mitzuschicken. War aber auch kein Netzteil, war eigentlich nur so ein Kabel. Na, mal sehen. Dann die G7 bin ich losgeworden mitzubehören. Und da herzlichen Dank an Sven, der trotz, also der hat schon eine Kit-Lens, also ein Kit-Objektiv und hat sich dazu entschlossen, noch die mitzukaufen. Weil er sich dachte, wenn er praktisch nur die 25mm kauft und die G7, kriege ich das Objektiv nicht los. Deswegen hat er die noch mitbekommen. Ich habe es ihm relativ günstig noch mitgegeben und zwar mehr als er dachte. Aber da war ich echt froh, dass er da den Preis gleich zugestimmt hat. Weil das Kit-Objektiv hätte ich schwer losgekriegt. Und dann habe ich den Camcorder sogar losgekriegt, was ich gar nicht dachte. Zwar viel Geld verloren, aber im Vergleich, was er jetzt kostet. Also ich habe damals, ich habe nachgeguckt bei Amazon, 705 Euro gezahlt. Als ich es 2014, 2015, habe es jetzt für 2,25 Euro verkauft. Viel Verlust, aber mittlerweile kostet es halt nicht mehr so viel. Obwohl da auch nicht mehr so viel passiert ist, aber ja. Und ja, die Capture-Cards sind noch zur Verfügung. Das Rode NT-USB, also es kostet 150 Euro. Ich wollte 90 Euro inklusive Versand. Scheint den Leuten zu viel zu sein. Und ich hätte ja, wie schon gesagt, ich hätte noch verhandeln lassen mit mir. Aber ja, wollte keiner. Und es wollte auch keiner sagen, dass es nicht will, nachdem er gefragt hat. Genauso wie bei den Capture-Cards, aber egal. Und dann eben gab es vor ein, zwei Tagen das Video, Let's just be honest and accept the reality. Da ging es halt darum, dass ich nochmal ein Video an meine englischen Zuschauer rausgelassen habe und gesagt habe, ihr müsst einfach einsehen. Ihr müsst einfach akzeptieren, der Kanal ist im Prinzip tot. Da kommt nicht mehr viel. Also gerade auch im englischen Bereich lohnt sich das für mich nicht. Ich bin einfach ausgelastet mit den deutschen Videos und die englischen Videos nochmal dazu. Das ist mir zu viel Aufwand. Vor allem auch keiner, der sich irgendwie lohnt für mich. Und bla bla bla. Wie kam das so an? Weiß jetzt gerade gar nicht. Ja, 17 Dislikes geht es sogar noch bei 266 Likes, zwei neuen Views. Ja, okay. Dann, sorry Sony, aber so nicht. Da ging es um den. Und da habe ich noch die miese Akkulaufzeit noch nicht mal erwähnt. Also wir sind jetzt bei 80% und bei zwei Stunden. Also 10% pro Stunde heißt das Ding, hält im besten Falle 10 Stunden. Hat gestern aber nicht mal knapp über 8 gehalten. Also grüße. Nicht grüße, sondern grüße. Also null Power. Also für alle, die den Test nicht gesehen haben. Oder Test wollte ich es ja nicht nennen. Kopfhörerausgang ist Tonne. Also das Ding hat nicht mal Power für einen 32 Ohr Kopfhörer. Und ich habe in dem Test noch nicht mal, oder in dem Video noch nicht mal stark genug betont, dass ich ja eventuell anspruchsvolleres nutzen will. 80 Ohr, 250 Ohr. Unmöglich. Also das Ding ist ein Fail hoch 10. Dann der G-Shake. Der ist hier übrigens noch in der Tasche drin. Oder jetzt wieder. Echt guter IPS-Monitor. Wird wahrscheinlich nicht viele Views bekommen. Also ich glaube, 200 sind. Aber gut, das Video ist heute erst online gegangen. Aber hat wahrscheinlich nicht viel mehr. 380. Ja, aber ist klar. Also da sagt mir im YouTube mittlerweile auch das Interesse deiner Zielgruppe an diesem Video. Ist in diesem Fall nicht so groß wie üblich. Ist Nummer 8 von 10. Also das SX-File 4 ist schlecht angekommen. Astro A40. Dass Astro A40 so wenig Views bekommen hat, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber. Gutes Ding. Ich benutze den auch weiterhin. Gerade eben für meine Notizen ist das perfekt, weil ich halt nur ein Kabel brauche, um von meinem iPad das alles hier zu haben. Weil früher hatte ich noch einen riesen Monitor für die Notizen. Aber da ich jetzt den Monitor, der früher, das seht ihr jetzt nicht, der hier im Weg stand ein bisschen. Auch das Licht geblockt hat, der stand jetzt hier. Seht ihr jetzt nicht, wo jetzt mein Monitor steht, wo ich praktisch das Bild oder mich eben sehe. Ja, das war's. Wie lange hat es gedauert? Eine Stunde 15 oder so. Am Anfang ging es ja richtig mies los. Ich hab... Warum knatscht der eigentlich? Der hat... Aber was knatscht? Ah, das ist diese Lehne. Die muss man vielleicht ein bisschen... Komisch, weil... Ich hab den die ganzen letzten Tage nicht knatscht. Aber ich glaube, das liegt da in dem Winkel. Ja. Ja. Also in dem Winkel, der aufrechter ist, als ich es sonst habe. Ja, und jetzt ist es zum Beispiel schon weg. Seht ihr? In dem Winkel auch. Also es ist wahrscheinlich ein bestimmter Winkel. Oder... Oder... Vielleicht hat es sich gerade geregelt. Ja, das ist genau der Winkel. Aber das Ding ist echt gut. Also... Ich muss noch gucken, wann ich den Test fertig bringe. Gefällt mir das Ding. Aber eins hab ich übrigens rausgefunden. Das ist jetzt so ein kleiner... So ein Off-Topic-Part. Der ist 42,5 Millimeter hoch. Äh, Zentimeter. Mein DX Racer ist 40 Zentimeter hoch. Also praktisch der höchste Punkt von der Sitzfläche. Und ich hab noch einen Speedlink da. Der ist aber, glaube ich, 46. Alles über 40 kommt mir zu hoch vor. Ich bin's nicht gewohnt. Also der war mir anfangs auch ein bisschen zu hoch. Aber ich hab nachgeguckt zum Beispiel. Die ganzen von Noble Chair sind 48 Zentimeter hoch. Kann ich nicht. Da komm ich mit dem Bein nicht runter. Also ich hab hier auch schon Fußstützen. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, das ist schon der niedrigste, den man jetzt überhaupt noch bekommen kann. Weil auch der aktuelle DX Racer ist mittlerweile bei 44 Zentimeter. Und mir ist aufgefallen, mir waren die 42 hier ein bisschen zu hoch. Aber dadurch, dass das jetzt ein bisschen höher, sitze ich ein bisschen anders und es ist ergonomischer geworden. Also ich hab nicht mehr ganz so die Knieschmerzen wie früher. Weil sonst häng ich wie so einen Sack in dem, in dem DX Racer mit den Füßen extrem komisch angewinkelt. Und es ging mir extrem auf die Knie. Also der ist sogar auf Dauer sogar, wie nennt man das, ergonomisch besser. Ich hätte halt jetzt verdammt gerne eine Version gehabt, wo die Armlehnen noch verschiebbar sind und so weiter. Das Problem ist nur, dass jedes Modell von Killer Bee, das das hat, eben auch höher ist. Deswegen, ich würde echt mal gerne anfragen, ob, weil die lässt sich mit nur zwei Schrauben anbringen, diese Armlehne, ob sie mir nicht einfach eine schicken könnten von dem anderen, die auch kompatibel ist, der das hat, dann wäre der Stuhl perfekt für mich. Weil er ist bequem. Der hat hier das Ding deutlich praktischer als meiner. Weil bei dem, wenn ich es mir hier hinlege, passt es. Und wenn ich es runter haben will, passt es. Oder wenn ich es hoch haben will, passt es. Wenn ich flach... Sorry, was erzähle ich gerade? Das kommt im Test. So, Video ist eine Stunde sehr zu lang. Oh je, das wird eine Weile dauern zum Rändern. Aber keine Ahnung. Ich hoffe mal so kurz vor Ende des Jahres geht es so im Video. Klar, ich wollte es einfach mal testen. Ich glaube nicht, dass es viele komplett sehen werden. Ich schätze mal von 5 an der Hand oder so. Aber ich mache es einfach jetzt nochmal. Gerade bei so langen Videos, wenn ich wissen will, ob Leute das Ende gesehen haben, sage ich irgendein Wort und dann könnt ihr mir das in den Kommentaren sagen. Yeti. Yeti. Einfach, das war ich jetzt gerade Yeti gesehen. Schreibt mir das, dann weiß ich, ob ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Ob ihr es komplett gesehen habt, ist ja wieder was anderes. Ihr könnt ja auch nur durchgeklickt haben. Ja. Ansonsten. Ich war bei 296 Videos, wie schon gesagt. Ich denke mal, die 300 müsste ich noch knacken. Bis Ende des Jahres. Und dann. Aber jetzt muss ich halt sagen, jetzt rechne ich Lemmy seine, ich weiß nicht, wie viele Videos hat er gesagt, in dem, über 112, 120 Videos gepostet dieses Jahr. Dann dachte ich mir, das ist ja schon noch ein Stückchen weniger, als ich mit 400 damals. Aber damals waren das ja so gesehen auch nur 200, halb mal zwei durch das Englische. Aber wenn ich jetzt ja, dass ich 300 habe und nicht ganz die Hälfte abziehen kann, weil ich ja erst ab der Hälfte ausgehe, aber wenn ich überlege, das wäre aufs, also ich hätte dann dieses Jahr auch nie wirklich viel mehr gemacht. Und Respekt vor ihm. Aber mir kommt es, als ob ich viel mehr Release. Keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, ich habe relativ viele Livestreams. Ich habe ja alle, das habt ihr vielleicht hier schon gesehen, da keine mehr sichtbar waren. Ich habe alle Livestreams gelöscht auf dem Kanal. Ja. Jetzt beende ich das Video damit. Ciao.